Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Trend Raider Adventskalender und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das war der Adventskalender, den ich mir tatsächlich zuallererst bestellt habe. Ich glaube das war im Juli oder im August, mega witzig. 49,95 kostet der regulär und mit dem Code ClaudiXmas bekommst du 10% Rabatt. Das ist jetzt ein bisschen ulkig, weil ich ja quasi jetzt schon in den letzten Monaten angefangen habe, eine Kooperation mit Trend Raider zu machen. Die haben mich auch gefragt, ob die mir den nochmal zuschicken können. Da war meiner aber tatsächlich schon kurz vor der Zustellung und da habe ich gesagt, naja, nicht für mich, aber gerne zum Verlosen. Und ja, deswegen würde ich sagen, den verlose ich doch einfach mal auch in diesem Video. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und weil das Ganze natürlich nachhaltig laufen soll, so wie die Trend Raider Box an sich ja auch, wird es natürlich direkt von Trend Raider an euch versendet. Dann muss das nicht irgendwie 5 Milliarden extra Wege noch gehen. Ja, hier haben wir tatsächlich den Adventskalender. Sieht ziemlich hübsch aus und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Produkte sein werden. 400 Euro Wahlenwert sollen da drin sein. Und ich habe jetzt ja schon zweimal die Trend Raider Box ausgepackt und musste jedes Mal ein bisschen schmunzeln, weil da doch eine sehr bunte Mischung drin enthalten ist. Ja, wir gucken mal rein. 24 Days, 24 Surprises. Nachhaltig und neugierig durch die Vorweihnachtszeit. Time to discover. Ja, dann Mentau. Huch. Wow, das ist alles so einzeln eingepackt. So, jetzt habe ich die ganzen Tütchen mal hier so ein bisschen sortiert und von mir hingestellt. Und ich möchte starten mit der Nummer 1, was ich richtig cool finde. Du hast hier halt wirklich diese Wäscheklammer und du kannst diese Tütchen entweder weiterverwenden oder ich könnte die Produkte wieder in die Tütchen reinfüllen und mir dann wirklich das Erlebnis auch wieder zu Weihnachten gönnen, was ich echt geil finde. Zuallererst haben wir etwas drin von Sonnentor. Und zwar Omas Kuchen und Keksgewürz. 50 Gramm sind hier drin enthalten mit Bio, also eine Bio-Gewürzmischung mit Cassia, Zimt, Muskat und Nelken. Ja, ne, das kann man jetzt schön, wenn man halt so einen ganz normalen Topfkuchen zum Beispiel macht, mit rein machen und dann hast du einen Weihnachtstopfkuchen. Die Nummer 2. Ach da, schau mal eine an. Da haben wir hier sogar noch ein bisschen was, ein Goodie oder ein Gutscheincode mit dabei. Traumhaft. Melatonin-Komplex, natürlich und vegan, Nahrungsergänzungsmittel. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich persönlich finde Nahrungsergänzungsmittel in Adventskalender immer grenzwertig. Also das finde ich wirklich ein bisschen schwierig. Ich verwende solche Produkte ganz gerne, wenn ich wirklich nachts nicht einschlafen kann oder so, ne. Aber alles, was jetzt darum geht, um es einzunehmen, finde ich immer ein bisschen schwierig in einem Adventskalender. Die Nummer 3. Bali Balm Sweet Orange & Coconut, ein Lip Balm. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Kiss the Planet, das ist natürlich auch ein süßer Hashtag, muss ich sagen, ne. Und jo, hier haben wir einen Lippenpflegestift mit dabei. Kann man jetzt in der kalten Jahreszeit ganz gut gebrauchen. Ich habe auch eine kaputte Lippe aktuell, was man natürlich aufgrund des roten Lippenstiftes nicht so unbedingt sieht. Aber, ne, jo, finde ich schön. Also ein Lippenbalsam, ein Pflegestift, ne. Da sage ich nicht nein und jetzt mal ohne Witz, also rot und grün. Also das ist ja mal dermaßen hardcore in Weihnachtsfarben. Das feiere ich schon wieder. Hier habe ich die Nummer 4. Magnethalter-Set für Seifen und Shampoos. Das finde ich witzig. Das erinnert mich nämlich schon so ein Stück weit an das, was wir damals auch bei uns zu Hause hatten. Weil das machst du ja in ein Seifenstück. Und dann kannst du diesen Halter irgendwie einer Wand oder so befestigen. Ja, geil. Und, ähm, ja, wenn du dann fertig bist mit der Seife, kannst du einfach das Magnet viel wieder abmachen. Ach, das finde ich klasse, Leute. Das werde ich verwenden, denn ich habe auch immer so eine Stückseife bei mir. Genau. Da steckt man nämlich einfach so in das Seifenstück rein. Und das hält magnetisch. Richtig geil. Das, ne, erinnert mich an zu Hause. Also an meine Kindheit zu Hause. Und ich finde das großartig. Ich kann mir das auch super vorstellen für, natürlich, meine festen Shampoos und so weiter. Weil die natürlich auch so ein bisschen in der Dusche immer rumfleddern. Und ich wollte nie so ein Ding haben, wo ich dann was auf die Fliesen kleben muss oder in die Fliesen bohren muss. Deswegen finde ich das mit diesem kleinen Saugnapf hier echt super. Cool, was das so kostet, ne. Vielleicht brauche ich da ein bisschen mehr von. Und hier steht auch drauf, ein Produkt gleich einbauen. Klimaneutral. Also irgendwie scheinen die da auch noch Bäume zu pflanzen. Mega gutes, geiles Produkt. Die Nummer 5. Der Tag von Nikolaus. Hier ist was Großes drin. Natürlich in der perfekten Farbe für Claudinchen, muss ich ja wirklich sagen, ne. Und zwar ist das so eine Bauchtasche. Die habe ich damals immer umgehabt, wenn wir im Urlaub waren. Also das war immer so voll meins. Oder ist das so eine, also eine Hipbag scheint das zu sein, ne. Also hier steht Hipbag drauf. Ich weiß nicht, ob man... Doch, das ist eine Bauchtasche da einfach, ne. Da hast du hier hinten nämlich so ein Taschenvieh, wo du was reinmachen kannst. Und dann hast du hier noch eine große Tasche, wo du Sachen reinmachen kannst. Das ist auch klasse für Spazierengehen mit Sammy, muss ich wirklich sagen, so im Sommer, ne. Dann kann man da Leckerlis reingeben. Ach, du hast da viele Taschen drin. Das gefällt mir richtig gut. Happy Advent. We've got an early Christmas present for you. Bis 31.12. auch nur gültig. 15% mit dem Code A-E-FOR-Advent. 15. A-E-FOR. Ach so, weil A-E-FOR ist die Marke dann wohl. Ich kenne die Marke nicht, Leute, ne. Fashion Victim des Grüßen. Aber finde ich ganz cool, falls man noch irgendwie so ein Weihnachtsgeschenk braucht. Ich weiß wirklich nicht, was sowas kostet. Aber ich finde das sehr, sehr schön. Krass, wenn das jetzt der Tag vor Nikolaus war, bin ich sehr gespannt, was wir dann an Nikolaus drin haben. Denn hier habe ich jetzt die Nummer 6. Auf jeden Fall ist hier auch noch ein Code mit dabei. Deine nachhaltige Erlebniswelt. Ach so, nö, das ist einfach nur ein Trendrader-Gutschein. Ich habe auch einen 15% Rabattcode. Ich glaube, Claudie15 oder so ist das. Blende ich euch ein, verlinke ich euch auch in der Infobox. Da bekommt ihr nämlich auch noch Rabatt auf die Box, wenn ihr möchtet. Das ist ja so eine monatliche Abo-Box, ne. Die erscheint monatlich. Kostet ab 29,95. Und wie gesagt, ne, da guckt euch gerne einfach mal die Unboxings dazu an. Ja, und das hier ist quasi der Adventskalender, um das Ganze nochmal zu repräsentieren zum Jahresende. Hier haben wir ein Eyelash-Serum. Was? Lily Essence of Pure Nature. Finde ich hammermäßig. Also ein Wimpernserum. Das ist, äh, ja, mit Rezinusöl. Ähm, krass. 10ml sind hier drin enthalten. Und das hat hier auch so ein Lash-Applikator drin. Also quasi so ein Pinselchen. Und ich glaube, also ich habe ja ein Wimpern-Wachstums-Serum. Das ist aber ein Serum, was auch Hormone enthält. Das gebe ich mir abends immer auf wie ein Eyeliner. Ein Serum, was Rezinusöl enthält, gibt man sich, und dafür ist auch dieses Pinselchen, dieser Applikator, nicht an den Wimpernkranz, sondern tatsächlich oben auf die Wimpern drauf. Also wenn du quasi deine Augen schließt, gehst du ganz, ganz nah an deinen Wimpernkranz ran, aber dann halt nicht oben auf dein Lid, sondern hier an die, an die Wimpern halt, ne? Kann ich jetzt schlecht vormachen, weil ich bin halt geschminkt und so. Aber so verwendet man normalerweise Rezinusöl. Und Rezinusöl ist nicht dafür da, um zu machen, dass die Wimpern nicht ausweilen, wie das ja zum Beispiel ja bei den generellen Wachstumsserien ja der Fall ist, ne? Sondern sie machen, dass die Wimpern nicht abbrechen. Weil das kennt man ja zum Beispiel von Kopfhaaren. Wenn die eine gewisse Länge haben, brechen die irgendwann unten ab und man bekommt Spliss. Und das Gleiche kann man auch bei Wimpern bekommen. Ja, deswegen, also das würde ich jetzt tatsächlich unterstützend verwenden und nicht zu, also nicht hier austauschmäßig, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ich werde es verwenden. Sehr spektakuläre Produkte, wirklich. Also der Adventskalender, der kann was. Also jetzt schon, ne? Bei der 6 finde ich das schon ziemlich interessant. Aber gut, für 150 Tacken muss er das auch können. Die Nummer 7. Das darf nicht fehlen. Das ist eigentlich so eine Art Tee halt, ne? Kaffee Chai. Bio-Gewürztee mit Kaffee. Sehr interessant. 40 mit feiner Kaffeenote. Bio seit 1979. Natur und Mensch. Lebensbaum. Interessant. 20 Teebeutel haben wir hier drin. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin ja eigentlich voll die Kaffeetante. Aber jetzt so im Winter, in der kalten Jahreszeit, trinke ich unheimlich gerne Tee. Also, ne? Das ist so bei mir mittlerweile jetzt so Hälfte, Hälfte über den Tag, dass ich Kaffee und Tee trinke. Und ich trinke viel Kaffee normalerweise, Leute. Ja, und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Tee mit Kaffee-Geschmack finde ich sehr witzig. Ausprobieren? Ausprobieren. Chai ist eigentlich nicht so meine Sorte, aber mal gucken. Aus sehr vielen Gründen darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Nicht nur, weil es sich darauf reimt, sondern auch, weil es für mich Geburtstag ist. Der wird dieses Jahr 7 Jahre alt. Der kleine Mann. Okay, wir haben hier... Ist da noch ein Flyer drin? Ne. Von Cosnature. Aromatherapy. Ein Body Oil. Ich mag gerne Körperöle für super viele Stellen an meinem Körper. Für meine Oberschenkel, Innenseiten und Außenseiten. Also quasi gegen Dehnungsfugen und gegen anfängliche Zellulite. Auf meiner Mumu. Einfach für generelle Geschmeidigkeit. Und gegen Rasurpickel halt auch, ne. Und an meinen Hobbys gegen... Man weiß ja nie, was so kommt, ne. Wenn dann irgendwann mal die Schwerkraft sagt, ja moin, hier bin ich. Dann kommen ja auch Falten. Deswegen freue ich mich auch immer über Körperöle. Almond & Coconut. Also quasi Mandel und Kokosnuss. Und das ist ein veganes Produkt. Finde ich auch, wie gesagt, sehr, sehr cool. Vom Produkt an sich. Kokos ist leider nicht so ganz meine Welt vom Duft her. 100ml haben wir hier drin enthalten. Ich mag nur relativ wenig Produkte, wo Kokos... Also Kokos mit drin ist. Wenn es halt wirklich sehr, sehr natürlich und nicht so übertrieben nach Kokos duftet, ne. Das muss ich mir dann aber nochmal genau angucken. Und dann kann ich auch nochmal entscheiden, ob ich das dann behalte oder eben nicht. Ähm, mhm. Das ist ein bisschen eingedrückt. Läuft bei diesem Produkt. Okay. Ähm. Ist halt so ein Plastikflakon. Jo. Schön. Die Nummer 9 ist sehr, sehr leicht. Hoffentlich werden wir uns trotzdem drüber freuen. Nein, wie geil ist das denn? Hier hast du einfach mal von Falla ein... Eine Bürste. Das ist ja witzig. Das scheint auch so ein Produkt zu sein, was irgendwie aus Bambus ist. Bambus. Das ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Hm. Ne. Man hört es immer wieder von den ganzen Bambus, Zahnbürsten und so. Made in Germany. Okay. Interessant. Hier ist ein Kleeblatt mit dabei. Das finde ich hübsch. Perfektes Produkt für den Adventskalender, ne. Also schön. So eine Bürste ist nie weg. Die Nummer 10. Hier haben wir was drin, was wir tatsächlich auch verwenden könnten in Kombination mit unserem magnetischen Aufhängefee. Und zwar von Ballade en Provence Solid Face Cleanser. Also eine feste Gesichtsreinigung mit grünem Lehm und Hagebuttenöl. 80 Gramm sind hier drin enthalten. Ein veganes Produkt, ein Bioprodukt gemacht in Frankreich. Ist schön. Definitiv. Riecht jetzt soweit nach nichts Spektakulärem. Also ich finde, dass es jetzt nicht geil riecht. Ne. Also sieht so aus. Ist halt einfach so ein Seifenstück. Ähm. Praktisch. Wow. Die Nummer 11 ist echt ein Klopperl. Nee. Super schwer. Da ist bestimmt irgendwie was zu trinken drin oder so. Oder was zu essen. Was ganz anderes. Äh. Vega Bloom. Tapi. Tapi Dream. Kakao. Vegane Honig Alternative aus Tapioca. Produktion ohne Bienen. Vegan. Ey. Mega interessant. Für eine fruktosearme Ernährung geeignet. Das finde ich gerade richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das meiner Schwägerin in Spee in den Adventskalender packe. Weil sie aktuell keine, ähm, keinen Zucker mehr zu sich nimmt. Und wenn das halt wirklich auch für fruktosearme. Wobei fruktosearme. Ist ja vegane. Aus Tapioca. Ich weiß es nicht, ob sie sowas dann, äh, essen wird. Ich hoffe. Süßer Brotaufstich. Tapioca-Sirup, Wasser, Blütenextrakt, Ringelblume, Mandel, äh, Mäde süß. Okay. Kakao. Interessant. Ja. Ähm. Ich frage mal ihren Mann, ob sie das essen würde. Fände ich persönlich mega geil. Halbzeit. Die Nummer zwölf. Oh. Hier haben wir was von Malik drin. Das ist Schmuck, Leute. Also es hört sich an wie Schmuck. Und es sieht aus wie eine Schmuckschatulle, ne? Wow. Silberschmuck. Oh, wie hübsch. Damit habe ich jetzt ja mal gar nicht gerechnet. Das sieht ja richtig schön aus. Oh. Und das ist eine Kette. Oh, ist die hübsch. Die mag ich gerne leiden. Die ist so richtig... Ja, mein Freund macht gerade nebenan die Jalousien runter. Oder die ist so richtig filigran. Und so... Ach. Ich glaube, man kann das so halbwegs sehen. Und so... Oh Mann. Und so ein bisschen kürzer auch. Aber halt so richtig... Voll mein Ding. Mega schön. Dann auch noch so Zwischenperlen mit dabei. Erinnert mich an meine Zeit damals, wo ich auch mit dem Perlenwebrahm ja auch so... Ne? Solche Perlen sind das, glaube ich. Und ansonsten sind es halt ganz normale Glieder dazwischen. Mega. Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ich hoffe ja immer, dass in der 12, in der 6, in der 24, in der 18, ne? Dass da immer so etwas speziellere Produkte drin sind. Aber hier haben die echt einen rausgehauen. Wow. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 13. Wird sicherlich keine Pechzahl sein. Nicht bei diesem Adventskalender. Oha. Hier haben wir Luvos Heilerde. Nahrungsergänzung. Okay. Haut plus. Acker, Schachtel, Halm, Karotte, Acerole und Heilerde für schöne und gesunde Haut. Haut trägt durch Vitamin C zu einer normalen Kollagenbildung und Funktion der Haut bei. 62 Kapseln. Gleiche Meinung wie auch eben schon, ne? Nahrungsergänzungsmittel gehören einfach meiner Meinung nach nicht in eine Box oder in einen Adventskalender. Das ist halt immer so eine... Also alles, was ich mir auf die Haut drauf klatsche, ist halt irgendwo eine andere Hausnummer als das, was ich meinem Körper zuführe. Also wirklich einnehme, ne? Das ist immer eine ganz... Das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche, äh, ja, Schmerzensgrenzen zwischen, sage ich jetzt einfach mal. Heißt, wenn man da irgendwie jetzt einen grünen Lippenstift reinmacht, klar, kann der einfach optisch nicht jedem gefallen. Aber bei sowas bin ich persönlich immer super vorsichtig, weil man sollte, bevor man solche Produkte einnimmt, immer vorher mit dem Arzt halt abklären, ob solche Nahrungsergänzungsmittel für einen überhaupt sinnvoll sind. Weil da sind natürlich ja auch Vitamine drin und sowas und nicht, dass man da irgendwie aus Versehen einen Vitamin-C-Überschuss oder sowas produziert. Und das wäre natürlich halt auch total blöd. Hier steht halt wirklich nur die Angabe zu dem Vitamin-C, ne? Wie viel Milligramm das dann tatsächlich wären und so. Also wie gesagt, ich bin da immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Die Nummer 14. Was ist das denn hier? Ist das eine Tischdecke oder was ist das? Nein, wie geil ist das denn? Das ist, was ist das? Bottle-Way. Nein, wie geil. Das ist so geil. Eine Bottle-Vase. Das machst du über eine Weinflasche drüber. Einfach, weil es hübsch ist, oder? Kann das noch irgendwie was Zusätzliches? Ich weiß es nicht. Put in a tower. Hä? Nein, das kannst du über eine Weinflasche drüber machen, die leer ist, die ausgetrunken ist. Und dann kannst du hier oben, da ist irgendwo eine Einführungsgeschichte, eine Blume reinstecken. Also machst du quasi aus deinem alten, aus deinem Altglas eine Vase. Das finde ich mega, mega cool. Das ist voll die Upcycling-Idee. Und ja, Super Waste steht auch hier drauf. Recycled Material Fairtrade und Product Design. Okay, ja. Mega. Und da hast du ja einfach mal so einen Tannenbaum. Ich feier das. Die Nummer 15, natürlich, naschi, naschi, gebrannte Erdnusskerne mit Sesamhammer von Seeberger. 150 Gramm passt auf jeden Fall in die Weihnachtszeit. Wird bei uns so schnell vernichtet, da kann keiner gegen ansehen. Also wenn dieses Video online ist, ist das hier leer. Das sag ich euch. Das bin nämlich heute Abend schon gegessen, wenn wir unsere Seriensuchten weitermachen. Ich weiß gar nicht, The Man in the High Castle oder sowas heißt das. Ganz krasse Serie. Haben wir jetzt gerade die erste Staffel geguckt. Ich wollte getrunken sagen. Ja, cool. Sehr cool. Die Nummer 16. Das ist ganz praktisch. Das ist ein Allzweckreiniger. Drei Reinigungsmitteltabs sind hier drin enthalten. Da machst du einfach in eine leere Flasche Wasser mit rein, den Tab rein. Und dann kriegst du deine Bude damit sauber. Finde ich persönlich ganz praktisch. Ich habe jetzt ja auch, da ich die Trendraderbox im Oktober ausgepackt habe, da war ein Gutschein drin für... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Everdrop, genau. Und da habe ich mir den Adventskalender ja von bestellt. Kann ich euch ja oben mal verlinken. Und ja, das ist halt was für Putzfäden gewesen. Aber da habe ich dann tatsächlich jetzt schon das ein oder andere, was ich dann auch in Anwendung habe. Und ja, hier sind dann halt drei Drops drin. Finde ich ganz praktisch, einfach um es mal auszuprobieren. Und ich finde die Idee dahinter ganz gut, dass du halt nicht diese ganzen Wasser von A nach B transportieren Geschichte hast und so. Ich finde aber noch, dass die relativ teuer sind. Die Nummer 17 ist ganz schmal und ganz flach. Ah ja, das passt natürlich. Von Shelbens Naturals 100% Naturkosmetik haben wir eine Relax & Balance Tuchmaske Tiefenentspannung und Anti-Stress-Effekt bei Sophia. Okay, danke Sophia. Bio, fair, vegan, Bio-Hanföl, Bio-Ingwer, Fairtrade-Arganöl. Läuft. Finde ich klasse. Ich mag auch diese neuen Tuchmasken von Shelbens sehr, sehr gerne. Habe ich schon die ein oder andere Mal getestet. Und ja, Hanf geht immer. Ja, jetzt haben wir nämlich hier so einen Knallertag, die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Bin ich gespannt, was die hier reingepackt haben. Oh, Waldsp... Nein, Waldspaziergang. Ist das eine Kerze oder was ist das? Upcandle. Ein Duft für jede Stimmung. Happiness, Relax, Energy, Boost, Focus. Hä? Die sind da noch nicht... Da, Waldspaziergang. Okay, du hättest theoretisch, glaube ich, vier verschiedene drin haben können. Weltenbummler, Waldspaziergang, Kies, Sauna und Flora. Und ich habe hier den Waldspaziergang. Ein Duft zum Stressabbauen steht hier mit bei. Klärend und erleichternd. Joa. Märkische Kiefer, Wacholder, Holz und Tanne. Das ist ja voll meine Welt, ne? Boah, das riecht so geil. Nach Harz. Als würdest du wirklich in so einen Kiefernwald gehen und an der Rinde riechen. Und die haben hier auch so ein Knisterdocht mit drin. Sehr, sehr interessant. Die wird angemacht. Die wird angemacht. Boah, richtig gut. Mega geil. Die Nummer 19. Madara ist hier mit dabei. Das finde ich auch sehr cool. Metamorphose Brightening AHA Peel Mask. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, ne? Muss man immer aufpassen. Ist ja Fruchtsäure. 60 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich finde es klasse, dass Madara jetzt auch immer mehr im Kommen ist und immer mehr auch in Beautyboxen vertreten ist. Die sind ja damals auch mit Make-up angefangen. Und da habe ich auch anfangs das ein oder andere Produkt von denen testen dürfen. Dann habe ich die jetzt immer öfters mal in den ganzen Beautyboxen wiedergefunden, was ich schön finde. Ja, schön. Und AHA ist dann ja auch quasi ein Säure-Peeling. Und ich verwende nur noch Säure- oder Enzym-Peelings für mein Gesicht. Mega geil. Mega geil. Drei bis zehn Minuten drauf lassen und dann kannst du es abwaschen. Ja, ist klasse. Die Nummer 20. Fühlt sich an, als wäre da irgendwie eine Tafel Schokolade oder sowas drin. Das wäre natürlich jetzt auch ganz geil, oder? Oh ja. Vivani. Feine, bitter, karamell, maloica, flor de sal. Was? Mit 62% Kakao. Ja, witzig. Also, ja. Bio, organic, vegan, cocoa, plastic-free. Das finde ich schön, ne? Und da hast du 80 Gramm, eine ganze Tafel quasi drin. Schönes Design. Passt auch schön zu Weihnachten, zum Adventskalender. Und eine Schoki ist auch nie weg. Karamell ist natürlich auch schön. Und dieses Ganze mit Salz dabei. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ne? Die Nummer 21 fühlt sich an wie eine Tube. Ich hoffe, hier ist keine Zahnpasta drin, weil das ist nicht so ganz mein Freundlichkeitsgebung, dann sage ich mal. Also mag ich nicht so gerne in Adventskalender. Aber nein, das ist von Human and Kind. Ein Moisturizing Handscrop mit Elderflower und Raspberry. Und, ja, 75ml haben wir hier drin enthalten. Ich finde Handpeelings total klasse. Und ich glaube, dass ich das auch schon mal hatte. Weiß ich aber gerade gar nicht mehr so. Ich mag einfach Handpeelings, ne? Würde ich auch zweimal die Woche oder so verwenden. Und jetzt gerade, wenn du halt diese rissigen, kältegeprägten Hände hast. Generell ganzjährig. Im Sommer habe ich geprägte Hände, weil ich im Garten am Wühlen bin und ab und an mal meine Handschuhe vergesse. Und im Winter habe ich das halt wegen der Kälte und so. Finde ich klasse. Kann ich sehr gut gebrauchen. Die Nummer 22. Es rappelt in Karton. Tum, 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 tum. Ja, Eis.de-Video ist verlinkt. Hier haben wir drin Alexsascha. Nachhaltiger Schmuck für Individualistinnen. Mega. Noch mehr Schmuck. Oh, da ist ein Ring drin. Besuche uns online. Alexsascha.de Das ist ein schöner, größenverstellbarer. Kann ich jetzt hier mal ja so umtun, ne? Goldener Ring. Also quasi der hier ist das jetzt. Schaut so aus. Sehr, sehr hübsch. Und ist hier dann halt größenverstellbar, was ich auch sehr praktisch finde. Weil natürlich nicht jeder, der den Abendskalender auspackt, die gleiche Ringgröße hat. Das ist immer so ein Glücksspiel dann natürlich auch, ne? Mega. Einfach mal in der 22 ein Schmuckstück. Ja, dann habe ich jetzt hier den Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Oh, wie hübsch ist das denn? Cold Care Probiotic Face Cream. Oh mein Gott, wie schön sieht das aus. Lasst uns zuallererst mal darüber sprechen, wie das aussieht. Das ist so hübsch eingepackt. Das mag ich gar nicht auspacken. Oh mein Gott. Das sieht so schön aus. Du hast hier einen Holzdeckel. Und das ist einfach eine probiotische Gesichtscreme mit 60 Milliliter. Und das ist, Leute, Holz, ne? Und hier unten ist es Glas. Das macht einen so hochwertigen, wunderschönen Eindruck. Klasse. Wow. Und jetzt haben wir hier die Nummer 24. Und die ist natürlich ein Klopper, ne? Ist die größte Tüte. Man hat mir Kleidung geschenkt. Ich bin frei. Eine Hommage an Harry Potter, Leute. Ich sag's euch. Ja, Wahnsinn. Was ist das? Erst mal ausrasten und dann, was ist das überhaupt? Nee, bei 60 Grad kannst du es waschen. Ach was. Hutch and Patch. Geile Farbe. Ich liebe dieses blaute Kies. Hallo? Was ist das? Ein riesengroßes Tuch, Leute. Ja, ich würde es jetzt auch wirklich mal als Tuch sehen, ne? Also ich glaube, das Ganze, oh, ich glaube wirklich. Oh Gott, ja. Das fühlt sich ja weich an. Oh, guck mal, so ein Schal. Wie perfekt ist sowas bitte in einem Adventskalender? Ja, jetzt sehe ich aber richtig hart gemummelt aus, ne? Aber wenn Winter ist, du siehst ungefähr gar nichts mehr von meinem Gesicht, dann packe ich mich immer so dermaßen ein. Und das ist perfekt, weil es einfach den Nacken auch so warm hält und den Hals, ne? Mega schön. Und das hat irgendwie so einen ganz geilen Muldstoff. Das fühlt sich so ein bisschen an. Und deswegen finde ich das wahrscheinlich auch so fancy, wie diese Spucktücher, hoch für Babys, aber in dicker, ne? Also man kann halt auch so durchgucken, aber es fühlt sich unglaublich weich an. Richtig cool. Also darüber freue ich mich gerade wirklich mega. Das ist ja auch mal was, ne? Einfach mal so ein Halstuch oder ein Schal in der 24. Wow. Wow. Das war mal ein abwechslungsreicher Adventskalender, finde ich, ne? Für mich mal was ganz anderes, weil halt überhaupt nicht irgendwie mit Schminke oder so, sondern halt schon mit Pflegeprodukten, aber nicht mit Schminki-Kappinki-Farbe ins Gesicht. Kabum. Ähm, geile Produkte. Nicht jedes Produkt hat mein Herz erobert, bin ich ja auch ehrlich. Soll ja ein Warnwert von 400 Euro haben, kann ich mir wohl vorstellen. Nicht alle Produkte sind mega hochpreisig, aber du hast dann teilweise da Klopper zwischen, die wahrscheinlich auch einfach einen irre krassen Wert haben. Von daher, alles Tutti. Und ich finde, dass man hier wirklich einer Person, die einfach Bock auf Nachhaltigkeit hat, eine große Freude mitmachen kann. Denkt dann dementsprechend auf jeden Fall dran, dass man 10% mit meinem Code bekommen kann. Das finde ich nämlich auch eine ganz coole Nummer. Und, ja, ich hab nix davon, ne? Ich hab einfach nur die Möglichkeit, das mit euch zu teilen. Das finde ich schön. Und ihr Lieben, den Adventskalender werde ich safe auch weiterverwenden. Also quasi die Tütchen, ne? Die Lian, die jetzt hier sind, finde ich nämlich voll schön. Und da kann ich auch den Kistengedunzen dafür verwenden. Ich freue mich. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Denn ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!